Was ist eigentlich mit der Wasserader, die man auf meinem Grundstück gefunden hat? Ach, du meinst, dass Frau Ebinger mit ihrer Wünschelrute erspäht hat? Kann ich ihr so einfach anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar genehmigungsfrei. Darf ich dir anzapfen? Na, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag... Darf ich dir anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar genehmigungsfrei. Und weißt du was? Du wirst vor Bleid erlassen. Das ist mir jetzt peinlich. Dann kommt mein Satz. Darauf habe ich gewartet. Als ob dir jemals ein Stichwort wichtig gewesen wäre. Ja, in dem Fall schon. Geh doch einfach dazwischen und hilf dem Mann. Da lässt er ihn hängen. Hilf doch dem Mann. Du, in einer schweren Kluft, der Sauerflasche oft. Aber an diesen Verträgen hängen eine meckige Arbeitsplätze für die Stadt ab. Wie berührt. Und Gunther wird wollen, dass sie ihn repräsentiert. Bei all der... An den Verträgen hängen jede Menge Arbeitsplätze für die Stadt ab. Dran. Dran, jetzt diesmal dran. Was zählt ist Teamgeist. Und ich glaube, vor allem da haben die Kollegen... Du verrennst dich. Wenn es nur um meinen Ruf ginge... War das zu früh? Nein, wenn nicht, muss ich sagen. Nein, wenn nicht, muss ich sagen. Danke. Nein, ich sag's ja. Ich reg mich nicht auf. Bitte, sag's noch. Danke. Jetzt gibt es einen nachweisbaren Beweis. Die können sich auf das Gefasst machen. Diese Tricksidee. Heute ist wirklich Pech und Pannen und Pleiten. Wieso? Ich hab gedacht, Sie folgen Ihrer Zeugin ins Freundeschutz. Meine Haufen? Das sind die Haufen von... Unterstellen Sie mir etwa, dass ich Ihnen Unterstellungen unterstelle? Das ist doch bestimmt im Krankenhaus so wie überall, oder? Seine, 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 seine... Sie haben sich schon oft getäuscht. Daran wird sich vermutlich auch in Zukunft... Das wollten wir gemeinsam machen. Das Projekt war das wir zwei, das... Ach super, die Teamversprechung verschiebt Sie nach hinten. Teamversprecher. Nicht schlecht. So. Ja? Ach, ich bin jetzt da. Oh, scheiße. Ich hab's vermasselt. Noch einer. Ich hab Erika von ihren Heirats... Oh, dass ich allein auf einem Gut lebe, das ist bei meinem... Ja, bitte? Ach, Entschuldigung, ich bin gegen die Tür gerat. Ah, das tut mir leid, Herr Waller, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereite, aber ich dachte, das wäre in Ihrem Interesse. Der Gast wollte die Maske unbedingt haben, er hat sogar... ...100 Euro mehr gezahlt, um sie sofort mitnehmen zu können. Ja, ich hatte früher mal 600 Euro. Haben Sie die noch auf Tasche? Haben Sie die noch behalten? Danke. Sie müssen sparen, aber nicht am falschen Ende. Hör auf, Frau Fittelflitz. Ebinger. Nicht Flickenschild. Der Berger. Immer einen kleinen Scherz auf den Lippen. Ich habe nachher noch Menschenskinder. Einen Stuhlgang? Ja, nein, mitten, mitten, mitten. Alles gut. Ben, zu dir zu paren, schnell. Ich bin bereit, sie wieder als Zimmermädchen anzustellen, bis sie ihren finanziellen Engpass überwunden hat. Überwunden. Nein? Da haben die Kollegen... Du verrennst dich. Wenn es nur um meinen Ruf ginge... War das zu früh? Nein, wenn nicht, muss ich sagen. Nein, wenn nicht, muss ich sagen, danke. Nein, ich sag's ja. Ich reg mich nicht auf. Bitte, sag's noch mal, danke. Jetzt gibt es einen nachweisbaren Beweis. Die können Sie auf das Gefasst machen. Diese Tricksidee. Heute ist wirklich Pech und Pannen und Pleiten. Wieso? Ich habe gedacht, Sie folgen Ihrer Zeugin ins Freundeschutz. Meine Haufen? Das sind die Haufen von... Unterstellen Sie mir etwa, dass ich Ihnen Unterstellungen unterstelle? Das ist doch bestimmt im Krankenhaus so wie überall, oder? Seine, 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 seine... Sie haben sich schon oft getäuscht. Daran wird sich vermutlich auch in Zukunft... Das wollten wir gemeinsam machen. Das Projekt war das wir zwei, das... Ach super, die Teamversprechung verschiebt Sie nach hinten. Teamversprecher. Nicht schlecht. So. Ja. Als ob dir jemals ein Stichwort wichtig gewesen wäre. Ja, in dem Fall schon. Das wird ja so... Geh doch einfach dazwischen und hilf dem Mann. Da lässt dann hängen... Hilf doch dem Mann, Mann. Du in einer schweren Kluft, der Sauerflasche oft... Aber an diesen Verträgen hängen eine meckige Arbeitsplätze für die Stadt ab. Wie bitte. Und Gunther wird wollen, dass sie ihn repräsentiert. Bei all der... An den Verträgen hängen jede Menge Arbeitsplätze für die Stadt ab. Dran. Dran jetzt. Diesmal dran. Was zählt, ist Teamgeist. Und ich glaube vor allem... Was ist eigentlich mit der Wasserader, die man auf meinem Grundstück gefunden hat? Ach, du meinst das Frau Ebinger mit ihrer... Wünschelrute erspäht hat. Kann ich hier so einfach anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar genehmigungsfrei. Darf ich dir anzapfen? Na, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag... Darf ich dir anzapfen? Ja, solange du nicht mehr als 5 Kubikmeter pro Tag entnimmst, ist das in Niedersachsen sogar... Äh... Und weißt du was? Du wirst vor Bleid erlassen... Das ist mir jetzt peinlich. Dann kommt mein Satz. Darauf hab ich gemacht. Ach, ich bin jetzt dran. Oh Scheiße. Ja. Ich hab's vermasselt. Noch einer. Ich hab Erika von ihren Heirats... Oh, dass ich allein auf einem Gut lebe, das ist mir mal ein Hau... Ja, bitte? Ach, Entschuldigung, ich bin gegen die Tügelrat. Das tut mir leid, Herr Waller, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereite, aber ich dachte, das wäre in Ihrem Interesse. Der Gast wollte die Maske unbedingt haben, er hat sogar 100 Euro mehr gezahlt, um sie sofort mitnehmen zu können. Ja, ich hatte früher mal 600 Euro. Haben Sie die noch auf Tasche? Haben Sie die noch auf Tasche?